Ich hab da direkt Schaden gekriegt, 321, hallo, willkommen zu einer neuen Runde, TTT. Hatten oder wurdest du durch die Gegend geschickt? Nein, ich wurde durch die Gegend geshoppt und dadurch, dass ich... Durch die Gegend geshoppt? Oh doch! Er ist ein Traitor. Oh, was? Was hab ich gesagt? Nein, ich hab Feuerscheaden gekriegt, weil hier noch alles gebrannt hat. Selbst wenn ich in der Person solo offen war. Da hat sich grad der Shop geöffnet. Oh, sorry, sorry, sorry! Was ist das denn? Ich hab mich erschrocken, sorry! Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken, wirklich. Ich hab mich erschrocken. Ich geh ja schon. Wer ist das? Der hat direkt aufgehört. Da, Luke. Kannst du trotzdem sein. Das nur da für ne Pistole. Der ist ein Igel wie jede Runde. Ein Schott drücken und dann, ups. Ne, aber vielleicht wolltest du, vielleicht Bolzing killen. Und dann so sorry, 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 weil der nicht in einem Mal umgefallen ist. Und dann muss ich zweit der Namen um die Ecke. Also wenn der das in einem Schuss gemacht hätte Respekt. Das wär echt krass. Was? Was ist denn hier los? Wo sind denn alle? Respekt, wer es selber macht, Jay. Okay, viel Spaß. Peter ist da hinten. Was ist das? Peter und Jay. Guck mal, wie er sich anschleicht! Da will er nämlich schon irgendeinen Move machen. Abgeguckt, ob du ein Peter ist. Er ist eigentlich fertig gemacht. Er hat mich aber nicht erschossen. Ja, Dalu. Komischer Typ. Wo ist ein Peter hin? Ich bin übrigens bei Dalu. Wenn ich gleich ruhig bin, hat Dalu mich getötet. Vor der Runde hat Dalu schon ein bisschen Flack abgeklackt. Ich hätte den Slow gemacht. Ich hätte erst jemanden teleportiert. Dalu. Er hat manhacks bestimmt gezündet und hat dann Speed gemacht, damit die schnell abhauen. Das wär cool gewesen. Dalu. Der zweite Trader. Hat mich schon teleportiert. Christa ist tot. Da ist eine Bombe. Oh fuck. Ich muss nach unten. Oben liegt eine Bombe irgendwo. Ich weiß aber nicht genau wo. Peter ist auch oben. Ja, das mag ja sein. Aber oben liegt trotzdem eine Bombe. Die Leiche von Peter liegt im Schacht. Christian hoffe ich. Meine ich doch. Die Bombe ist hochgegangen. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Entschuldigung. Ich war's. Wie geht's dir? Alles okay. Unten im Schacht war gerade einer. Das bin ich. Das bin ich. Verarsch mich nicht. Nein, Peter ist es. Peter. Wo ist die Leiche? Die fliegt oben im Schacht. In der Ecke. Okay, okay. Da ist. Oh Gott. Peter ist am Publikum. Newton Launcher. Du Wichser. Peter. Die Leiche fliegt da immer noch. Peter ist oben. Was ist das denn? Oh mein Gott. Peter brennt. Heiß. Einfach weiter gekillt. Einfach weiter gekillt. Mit der. Schade Peter. Das hat nicht geklappt hat. Ich hätte mich für dich gefreut. Arsch. Dennis ist es. Nur weil er irgendwann mal das Ding zieht. Das war mir irgendwie klar. Christian war so ein bisschen suspicious da in dem Schacht. Da ist er nicht rausgekommen. Schlechter Teleport Peter. Ja. War wirklich. Ich war unter Panik. Ich bin runtergefallen. Aber ich habe ihn noch gerettet. Ich habe es gehört. Komm schon. Und dann hast du dich. Ich bin die ganze Zeit dann stehen geblieben tatsächlich. So eine Ecke. Deswegen hat Christian sich auch so krass beschwert, dass ich ihn einmal angeschossen habe aus Versehen. Ja. Jedes Mal wenn du mich anschließt, würde ich mich beschweren. Eigentlich wäre es viel logischer gewesen, wenn ich dich einfach weggeballert hätte. Ja. Wahrscheinlich als Traitor ja. Hättest du zumindest einen Grund gehabt. Als Jay auch. Du schreist genauso, als wenn ich abgeschossen werde als Traitor. Da schreie ich nämlich auch laut herum. Ich schreie immer rum, wenn ich angeschossen werde von irgend so einem Hampelmann, der sich erschreckt und auf irgendwelche Leute ballert. Oh oh. Hey Herr Peter. Ich bin ein bisschen traurig, dass es mit dem Newton Launcher nicht geklappt hat. Ja das war gut aus. Das ist immer ein guter Spaß. Bin ich ein bisschen froh, dass du mich nur in den Schacht reingeschossen hast. Der Bomber hat leider auch nicht geklappt. Ich habe gedacht Dalu wäre oben und würde ihn natürlich mit seinen Ohren wieder hören und dann mal um die Ecke kommen. Ich wurde ja runter teleportiert. Schade eigentlich. Ich habe da so schön an der Ecke gewartet. Der bist bei mir. Hat ne Schordi. Das ist so gut analysiert Dalu. Schordi Karodi. Rady Caddy. Rady Caddy. Da brauchen wir ganz viele Stunden Gameplay um das zu analysieren. Rady Caddy. Bram hatte gerade einmal kurz nichts in der Hand. Rady Caddy. Der war ja gleich teleportiert. Wie du siehst liegt da eine Smoke jetzt. Wieso wollen denn alle wieder auf dem Schrank? Klar. Ich stehe sogar drin. Dann ist er aber nicht da wo ich dich... An dem unteren Tor. Oh du Tor. Ich habe die doch an dem Schlitz vorbeigeworfen du Lutscher. Nein, wo Inse? Oh bei mir Wo Inse? Ein bisschen Angst hat einer gleich teleportiert hier Ihr seid doch alle im Schrank oder wie ist das? Irgendwo ist ne Millen geplantet worden Aha, der Bruder Lungert das schon wieder so alleine rum? Wo bist du denn? Wo kommst du denn da gerade? Der ist ja der im Schrank Der lungert da rum Keine Ahnung Mit wem wolltest du dich da anschleichen, Christian? Hast du nicht zugehört? Das ist CJ Ich hab mich angeschlichen Hm, ich glaub gleich könnte es leider sein Mhm Das kannst du nicht nicht gehört haben, da ich mich gerade mit Bram getroffen habe Hallo Will nur vorbei Du bist der einzige der bei mir ist Ja, was ich grad sagen Was hast du gesagt? Peter kam nicht an Hier geht die Partie Wo ist der P dahin? Der P hat sich verzogen Wovon hab ich mich wegverzogen? Am Anfang hab ich dich gesehen Achso, dann hab ich mich verzogen Und dann hast du dich verzogen Hast du dich nicht bei Dalu abgemeldet? Ja Wie ein guter Schüler das tut Ja, du kannst nur Böses aushacken Ja, wenn du hier alleine rumläufst Will nicht da oben rumlaufen Im Schrank ist doch bestimmt Ich such dich jetzt, Peter Ich hörf Granaten vom Schrank runter Und guck wann du irgendwas hast Motherfucker An welcher Ecke Ja, ja, ja Ah Jay? Ah Ich will hier nur vorbei Okay, Peter ist auf jeden Fall in der Range Und hat alle gehört Christian lebt auch noch, das ist gut Hier, alle lebt auch noch gut Okay, jetzt wurde Jay schießt doch nicht Christian Im Bett ist Jay Bullshit Okay, dann identifizier ihn, wer auch immer überlebt hat Einer hat überlebt Weißt du, Bram war innocent Fuck Oh Gott, warum bist du beeindruckt Was ist denn mit Jay und Christian? Wer sich dann... Da hat jemand getrunken Im Bett Ja, im Bett ist also der eine Trader Und Peter hat Bram gerade erschossen Ja, Bram war auch innocent Ja, Jay ist Trader Jay ist Trader Jay ist Trader Oh no! Ich seh nix! Aua! Peter und Bett Ich hab Jay gekillt Ich hab Jay gekillt Ah Mist Ja, du hast mich gekillt Nein, ich hab dich nicht gekillt Ich wollte eigentlich direkt wiederbeleben Fuck Hä? Von wo? Geheim Hidden Blade Das ist so schlecht Das ist so schlecht Das war kank Ja, das war kank Ich hatt's aber auch gekauft Tatsächlich Ja, das war teils Das war teils Das war teils Marco, ich möchte mich kurz entschuldigen bei dir Ja, das war eine Fehleinschätzung von mir Ja, ich sag's dann nur in der Runde Weil ich ja auch am Rendern bin Ja, stimmt Und deswegen bewege ich mich nicht so viel Weil das Spiel einfach mit 15 Frames noch läuft Uiih Ja, du standst einfach nur in der Ecke Und hast dich null bewegt Da dachte ich Das kann doch nur ein Trailer sein Ja, ich hab die ganze Zeit geguckt Ob da irgendeiner einfach durchläuft Und dann dachte ich mir so Hier steh ich gut Hier trifft mich man nicht sofort Hier kann ich drauf warten Und dann gleich fertig ist Und dann kam Peter von hinten Hidden Blade ist nicht so gut Hat Peter nicht mal dich gefragt Ja, der hat mir eben schon getestet Das macht halt 35 Schaden Ich wollte einmal ja unbedingt mal benutzen Hab ich nicht gemacht Ähm Und wo hast du mir am Anfang Damage gemacht da? Von oben? Ich? Ich hab dir gar keinen Schaden gemacht Ja Nein, nein, nicht ganz am Anfang Ich mein äh... Das war über dir Ja, der stand über dir Ja, okay Red Bot Die Waffe ist zumindest besser Ich bin nie Traitor Das ist voll scheiße Hast du eine Mail eigentlich in dem Schrank Hast du da? Sehr besser Nee, gar keiner hat eine Mail geplant Deswegen hab ich mich so gewundert Oh Letzte Runde Wer ist denn da? Jay, ja? So nicht, Bram? Ich nehm dir halt immer noch übel, dass du mich einfach so weggemacht hast Hä? Wo? Wo hab ich dich da einfach so weggemacht? Letzte Runde? Gedächtnis wie ne Kartoffel, ey Achso Da war Jay Traitor, oder? Ja Ja Peter, wenn du raus zielst, ja aus dem Fenster raus Wenn du hättest ihn ja hören können, der hätte er getrunken Kannst du dein Fadenkreuz dann noch sehen? Ich find rot auf grün so schwer zu erkennen Jay Das willst du von mir Sepp, 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 Sepp... Fuck... Sepp, Sepp, Sepp... Sag meinen Namen, bist du noch öfter? Wird das nicht nur rot, wenn du über den Gegner guckst, Dalu? Irgendwann fühl ich mich gut. Sepp ist unterm Bett. Das Fahrtkreuz ist doch immer rot, oder? Ist das bei euch auch immer rot? Ja, klar. Bei mir ist das nicht rot, wenn ich über jemand anderen gucke, dann wird das grün. Meinst du, es ist weiß, wie meine Rüstung, Seele? Meiner ist auf der Straße, über dem Bett, neiner J unter sich tut. Da hörst du grad, Red Bull? Ja, ich hab Leertasse gedrückt. Alter, du bist mega hochgesprungen. Hab ich genau gesehen. Nö, das war kein... Nö. Sprink mal, Alu! Ja. Aber mit dem Red Bull sprichst du doch zweimal, oder? Ey, Sepp, was hattest du grad in der Hand? War ne Smoke. Ja, ich wollt nur fragen, hättest du da grad ausgelast? Scheiße, das ist richtig falsch, ne. Richtig gut analysiert. Du kannst den nicht de-aklimieren. Ich hab nur nachgefragt, ich hab gar nichts analysiert. Geht dich nen dicken Fick an, wo ich bin. Ich muss mal stehen neben dir. Wo ist denn der, Preda? Guck mal hier. Alter. Weiß ich nicht. Was hast du geworfen? In der Insel. Und da ist noch ne Habi. Da hattet ihr mal getrunken. Wo? Zwei Mann aufm Bett. Das war im Bett? Dann muss der unter dem Bett sein. Peter! Oh, Peter ist mit einem Schuss weggemacht worden. Ah, ja, ja. Okay, danke schön. Ah, hab ich ihn. Ja, ich bin dann mal safe. Und... Nice. Dalu, du hast ihn gemacht. Ich hab ihn erschossen. Christian, du... Nö, ich hab da gar nichts. Das heißt... Hey. Christian und Bram. Der oder Chris. Aber der, der unter dem Bett war, ist es wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil der getrunken hat. Ja. Der war unter dem Bett. Vielleicht der ganze Zeit im Schrank stand. Ja, du. Oder Chris. Was? Was hat der denn dann getrunken? Okay. Dann macht das ja keinen Sinn, dass der gerade unten rumrennt. Kann ja nur ein Flopper gewesen sein. Oder sowas. Oder Health. Aber keiner hat ja einen angeschossen, oder? Ja, okay. Stimmt. Kann ja nur so Flopper sein. Oder der ist runtergefallen. Kann auch sein. Das passt ja. Das, Christian. Ich mach den jetzt. Haha. Jay ist später. Nö. Du bist halt mein Freundchen. Okay. Das glaubst du doch. Der schießt einfach auf mich. Ja, natürlich. Du schießt einfach auf mich. Du hast doch überhaupt keinen Grund zu das anziehen. Natürlich. Bram ist doch auch noch da. Das stimmt. Nee. Er weiß, dass der Bram schon gekillt hat. Ich hab ihn gerade gesehen. Der Arsch, ey. Da liegt eine Leiche aufm Bett. Kann nicht sein. Wer hat die abgeschossen? Das wird wahrscheinlich sein. Dann ist das ne Fake-Leiche. Auf der Leiche? Nee, da liegt ein Youth Launcher neben. Das ist Sepp. Alter. Sepp ist tot. Ich hab gerade fast mit einer Disco getötet worden. Von den Kleinen. Ist er gestorben? Auf dem Bett. Im Schrank. Also hat der Bram weggemacht, oder was? Nee, oder du. Jace, zielt auf mich. 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 Nur noch für beide. Watt? Das hat mich auch gerade noch mal gesagt. Was findste denn? Was? Der ist oben auf dem Schrank drauf. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Was? Der ist oben auf dem Schrankdorff. Oh! Naja, aber eher verkackt von Jay Das war knapp Du hast dich die ganze Zeit im Visier gehabt, oder was? Ne, ich hab den Newton Launcher Also ich hab einfach durchs Zimmer geguckt Und der Newton Launcher, der fällt halt voll auf Wollt Peter mich von hinten Sneaky aus vom Bett schubsen Irgendwann werde ich das heute schaffen, jemanden mit dem Newton Launcher zu killen, Leute Ganz schön böse War aber ein nice try, Jay Ja, machst nix War knapp Halleluja Wär ein cooler Kill geworden, Jay Coolig Wollte Style-Punkte Wollte er haben Klar, Mann Wer fällt mir auf den Sack im Brennen? Wer fällt auf den Sack? Ich will Richtung Schrank Alle wollen sie immer hier in den Schrank fallen Du hast mir ne Disco da vor den Weg geworfen Ja, ich wollte, dass du keine Waffen kriegst Aha! Erwischt! Warte, Jay ist wieder am Stissen Bram, 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 Bram Mein Schrank hier, ja Jay ist Trailer Das kam nicht in TS an, Leute Das kam nicht in TS Jay ist Trailer Mh Kam in TS an, hat Sepp das gemacht hat mit Ansage Und da regt sich Jay auf Das haben wir noch fünfmal gesagt hier Das ist mein Ding und dann brennt das schon lange hier Ah ja Jay geht da einfach rein Ja stimmt, ich geh da auch einfach rein, wenn ich im Wend bin Da kann ich auch so viel steuern Die war aber schon lange gezündet Also die hättest du schon sehen müssen Ja, genau Ja, hättest du tatsächlich Ja, so Feuer sieht man halt Talo, was machst du da? Oh, kam nicht an War fair Beobachten Warum duckst du dich dann dafür? Ja, damit er mir was gekauft hat Ich hab mir gerade ne neue Waffe genommen, Peter Ja, ne neue Waffe hat er sich gekauft Ne Poison Gunner hat er sich gekauft Hey, ich hänge fest Die Farmers hab ich Boah, eine Premium Waffe Peter, Newton und Schein der Hand Boo nicht bewegen Oh, Dalo, wolltest du chatten? Heißt ja, Dalo wolltest du irgendwie Team chatten oder was? Ups Hast du dich verklickt? Natürlich Ups Jetzt bin ich verwirrt Bei jedem anderen würde ich sagen, das war versehen Bei Dalo weiß ich das nicht Bei Dalo war dann Absicht Dalo steht auf dem Boden Als ob der auf dem Boden teleportiert Vor allem läuft Dalo die ganze Zeit seitwärts Hehehe Nicht schön Das muss die dann jetzt nicht bewegen, ja Vielleicht hat der das aber tatsächlich auch in den Illus-Set Jay, 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 Jay ist es! Jay hat zuerst Christian ist der andere Poison Gun, Bobo Hehehe Hehehe Nein Wenn der sich am Anfang so aufregt Ja, war doch klar So eine Scheiße Das war die Poison Gun, oder Christian? Ja Okay Alter Du hast ihn nicht getroffen Alter Als du auf Pistole gewechselt hast Das war scheiße Du hattest nämlich sonst Was ist das? Sniper, genau Du hast von Sniper auf Pistole Im Fernkampf gewechselt Ja, ja Alter Ich komm aber auch immer bei den ganzen Traytoren aus Ähm Boah Gib es nicht hier Dann nehmen wir mal eine Sniper Christian, hast du da eigentlich wirklich nur eine neue Waffe geholt in der Ecke? Ja Fuck Da hatte ich schon keine Punkte mehr als wir uns begegnet sind Das ist aber witzig, wenn man sowas rausfindet und sagt Hey, der ist Trayter Und dann stimmt das manchmal auch halt echt Ja, aber hab ich nicht gesagt, dass der Trayter ist Aber dann macht der halt gerade nix Das macht doch überhaupt keinen Sinn Ja doch, manchmal ist das halt witzig Weil manchmal... Ich bin immer Inno-Snap Christian wurde direkt weggemacht Okay, kann das sein, dass Christian gerade direkt am Anfang gestorben wurde? Ja Ja oder Gestorben ist? Kann sein, dass er gestorben wurde Ja oder Ja Du warst der Einzige, der nicht geredet hat, während wir gerade... Während Christian um Hilfe gerufen hat Und der Hallo auch nicht? Ihr habt doch keinen untereinander unterhalten Ja Er wird am Anfang mit einer random Disco gekillt worden sein Das mach ich oben auf dem Schrank nicht Oben auf dem Schrank ist er aber nicht gestorben Jay und ich waren oben auf dem Schrank Ja, aber vielleicht war er eine Etage unter euch Ich bin wieder im Schrank Ich bin wieder aber eigentlich nicht Und ihr seid alle Ey bei mir ist der Schottie da mit der Schottie ist Bram Da ist es Peter ist es Peter ist es Danus tot Irgendwie Bram ist auch da Bram, Bram besitzt Der hatte die Shotgun Wo sind die denn? Und einen unterm... Im obersten Fach Peter Seid ihr beide dat? Der ist grad irgendwie umgefallen Ach komm ey Was passiert hier? Kann mir das jemand erklären? Ihr seid doch scheiße Ich bin mir nicht so sicher jetzt, was genau vorgefallen ist Oh Peter Scheiße Ist mir das getroffen, die Wurst Da hinten ist der Ja Nein, nein, nein Ich kann immer noch keinen mit nem Mute Launcher killen So ne Scheiße ey Hat sie schon 3x Trailer geworden Peter ist ganz schön viel Trailer hier Sorry Chris, war einfach bad luck für dich Habt ihr uns voll wegrasiert relativ schnell Wie hast du Christian gekillt eigentlich am Anfang? Der hat mich einfach von hinten weggeballert Ja ich bin... Ich stand halt hinter Christian Und dann war so Traitor Hab ich ja richtig berichtet hier Das war klar Das war tatsächlich richtig so ja Ja das war ziemlich richtig Aber wenn ich sagen soll Yo du hast recht Ja Boah Sepp du bist ganz schön schlau Alles klar Sherlock Du hast komplett richtig aufgeschlistet Gut kombiniert Watson Nein 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 böse Auf gehts Du läufst mir die ganze Zeit hinterher Und sagst du ich mach mir böse? Na klar ist Jay böse Sag ich einfach mal Du solltest nicht die Waffen nehmen Ich fand das nicht in Ordnung Fuck you, du willst mich jetzt killen oder? Fuck you, fuck you Jay bei mir Ich bin einfach nie Traitor Oh sorry Christian Irgendwo im Regal liegt noch eine Disco Wer ist Traitor? Ja der meinst du wird nie Traitor DALU ist wirklich Das will ich sehen Peter ist es stopp Peter hat mich zuerst angeschossen Äh ne wir schießen die auf mich noch Wo ist denn der? Christian kann das nicht sein Christian war bei mir Event Er lebt noch Jay Machst du Jay Du kannst auch sagen Christian ist safe Weil sonst rennt Christian immer auf mich zu Und will mich töten Ja das ist Christian Christian vertrau keinem anderen bitte Du musst keinem vertrauen Christian rennt auf mich zu Er macht genau das Da Da drüben ist ein Traitor Das wollte er sagen Da drüben ist ein Traitor Da drüben ist er Was heißt denn da drüben Am Laptop Das ist bestimmt gelogen Das ist bestimmt gelogen Ich hab DALU getötet Das ist gut Aber wer lebt denn jetzt noch? Ist das Peter noch? Oder wer? Ja einer hält hier die Klappe Das ist der Peter der wir immer noch versucht Mit der scheiß Gun Der steht da einfach irgendwo und wartet Der steht irgendwo hinter der Ecke und wartet Da kommt gleich Überraschung Alter viermal Traitor wär aber auch hart in der Runde Das ist ja schon krass Und ich gar nicht Traitor ist natürlich auch krass Ich hab Angst dass Peter da noch drin ist Oder soll ich statt machen? Du kannst dir die Leiche da vorne angucken Ja die liegt da Aber ich hab ja du kannst Ich weiß zwar nicht wo da vorne ist Aber Ja hier im Vent direkt An der obersten Ja jetzt hab ich's wieder erwischt Ja da wartet Peter Aber ich glaube Peter Ich glaub Peter wartet Oder sonst wer dir die ganze Zeit die Klappe hält Oder Christian Tricks mich einfach richtig geil Nee nee Wenn du Darlow wirklich gekillt hast Das ist alles super Irgendwie hält er einfach die Klappe Wobei Jay macht das auch ganz gerne Er wartet dann sehr lange Kommt wieder gleich ein geiler Move Okay Ah dann ist da Jay Jay wo bist du? Ist der hier? Hat hier gerade einer nachgeladen? Die Waffe gewechselt? Na VFJ warten Irgendwann kommt der aus seinem Mäusenloch auf Irgendwann kommt der aus seinem Mäusenloch auf Ja vor allem wo ist der denn dann? Keine Ahnung Das wäre egal Der ist unterm Bett Unterm Bett? Ja in der Shop leider Leider nix was vernünftiger auf Entfernung schießt Der stand nämlich gerade ganz still Lol der ist schon drin Da haben sie mir die Zange genommen Ab und zu Ab und zu macht man sowas Vielen lieben Dank auf jeden Fall wieder fürs Einschalten hier bei TTT Haut rein meine lieben Schnitt hier Bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss Tschau Tschüss Tschüss